Jo Leute damit, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und heute gibt es mal ganz kurz eine Information und zwar habe ich ja vor kurzem ein Video hochgeladen, wo es um das neue Turnier geht von Lachlan, das Lachlan Spitzhacken Raserei Turnier. In dem Turnier könnt ihr einen kostenlosen Skin bzw. ein gesamtes Set gewinnen. Zu der Zeit wusste man auch nicht wie der Skin aussehen wird, jetzt habe ich aber direkt neue Informationen dazu und zwar kann ich euch jetzt zeigen wie der Skin aussieht und wann ihr den im Shop kaufen könnt. Und zwar hat die offizielle Fortnite Seite auf Twitter hier einen Beitrag von Lachlan weitergeleitet und zwar sehen wir hier schon, das hier ist der Skin, ich zeige nochmal ganz kurz den Groß, so wird der Skin hier aussehen. Das ist der Skin, den ihr auch dann im Turnier gewinnen könnt und hier steht dann auch bei, wann wir den im Shop kaufen können und zwar habe ich das Ganze mal direkt in deutsche Zeit umgerechnet, das wäre dann der 13. November um 1 Uhr. Das heißt am Freitag, den 13. November im neuen Shop könnt ihr dann auch hier den neuen Lachlan Skin kaufen oder versucht den halt im Turnier hier zu gewinnen, da habe ich ja schon ein extra Video gemacht. Am 8. November gibt es auf jeden Fall hier ein neues Turnier, in dem man auch diesen Skin gewinnen kann. Jetzt wisst ihr aber auf jeden Fall wie der aussehen wird, genau so wird der Skin aussehen. Das ist dann jetzt hier der Skin von dem YouTuber Lachlan, wirklich sehr, sehr nice gelungen muss ich sagen. Sieht ihm auch wirklich sehr, sehr ähnlich, verdammt cool. Ja wie gesagt, das Turnier hier startet dann am 8. November, da könnt ihr dann das Skin hier gewinnen. Das wird ein Turnier sein, wo hier nur mit Spitzhecken gekämpft wird. Wie gesagt, da habe ich ja schon ein Video hochgeladen, könnt ihr gerne nochmal anschauen, dann könnt ihr versuchen den Skin zu gewinnen. Ansonsten gibt es dann am 13. November um 1 Uhr auch im Shop, da könnt ihr euch dann den neuen Skin kaufen. Das war es auch schon mit dem ganz kurzen Informationsvideo, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video, bis dann und ciao.